So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich versuchen, den Tresor zu öffnen mit einem Hühner. Ist natürlich nicht egal. Oh, da stimmt es halt jetzt nicht weglaufen. So, wo finden wir den Tresor? Wo die Hühner? Tresor da, Hühner leider etwas weiter weg. Aber ich werde es natürlich trotzdem versuchen. Das Problem ist halt einfach, ich habe jetzt mal ein bisschen weiter in den Dschungel nachgeguckt, aber da findest du keine Hühner. Ich glaube, hier ab dem grünen Bereich geht es erst, ich glaube, im Dschungel sind gar keine Hühner. Also passt da ein bisschen auf, weil wir wissen ja, da ist ein Tresor, hier unten ist ein Tresor, hier hinten können wir natürlich auch noch Glück haben. Aber ich glaube, hier ist auch nur einer eben mit mir gelandet, aber ich denke mal, der hat keinen Hühner gefunden. Das Problem ist natürlich, man muss den Tresor ja zu zweit öffnen, aber das geht natürlich auch mit den Wachen. Jetzt hoffe ich halt einfach, ja, die eine Wache lebt noch, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, und das ist nämlich die andere, dass der Tresor einfach noch komplett offen ist. Ist natürlich ein Glücksspiel. Habt ihr Gegner vor Ort, findet ihr einen Huhn rechtzeitig. Und ihr seht schon, ihr geht einfach hier rein. So geht es also nicht. Habt ihr gesehen? So macht man es nicht. Ich werde es einfach mal als Fail-Ruf laden, und wenn ihr wollt, natürlich gerne ein Dein da lassen. Aber ich werde die Aufgabe natürlich nochmal richtig machen, und in dem Sinne, haut rein. Oh Mann, ey.